Hi, was gibt's denn hier? Ich möcht' jetzt ein Otter. Ich hab eine Ravager gefunden. Warum? Ich geh weg. Warum ist dann wer? Wieso bin ich hier unterwegs? Willst du die Zepfe aber lacker Flut? Ravager, 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 Ravager! Achtung, Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Alex! Das sind Piranhas! Links, da, hallo. Warum hab ich da? Ich hab euch halt zu gemein. Boah! I do my best for everything. Achso, jetzt nicht. Der kalt mich an. Alex! Wo? Da! Oh! Oh Gott, nein! Da ist einfach ein anderes Krokodil! Aaaaaaah! Der zieht so nachher! Wir kämpfen jetzt wie echte Männer. Hilfe! Hilfe! Was? Was will ich haben? Ich sag's nochmal so! Was denn? Der Harbour wird gefunden! Was denn? Der Harbour wird gefunden! Der Harbour ist natürlich! Die müssen wir die ganze Wohnung putzen! Alex? Sag ich dir gleich! Sag ich dir gleich! Ich bin grad im Karm! So, seid ihr alle soweit? Ja! Dann drei! Habt ihr alle an? Wirklich? Ja! Gut! Dann drei! Zwei! Eins! Hallihallöchen, Leute! Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Ark Aberration in der Höhle! Folge drei! Wir wollen jetzt nochmal weiter vorstoßen! Haben alle einen Lachflash und alle fertig! Es ist halb zwölf! Du darfst mich an! Neul hat sich nächstes Mal essen! Und ja, Kari, ich könnte noch ein paar Pfeile gebrauchen! Gut! Hi! Oh, Keks! Wir führen nachher mal ein erstes Gespräch über... Äh, warte! Wo bist du denn? Da bist du! Hier! Hau dir! Ob es die Nummer wirklich gibt? Nein, nein, nein! Nicht so viele! Es sind nur zwei! Alles gut! Erste Nummer... Wo? Wo? Wie? Oh, da ist ein Sarko! Oh, nicht schon wieder! Um die Ecke! Hier im Wasser ist ein Sarko! Na toll! Ich will nicht! Ja, wir haben grad eben auch schon Sarko plattgemacht! Ihr wisst schon, dass ihr verdammte Kletter-Pick-Exte habt, ne? Äh, ja! Warum benutzt ihr die denn nicht? Ähm, Emperor and Order Level 104, Piranha Sarko Level 44, Ravager Level 40... Auf Kamera kurz gucken! Was? Gucken? OTTA! Keks! Keks ist grad auf Klon 3, hat sich erinnert! Hallo! Ich fall hier runter! Die... 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 Sie fall schön von hier oben aus! Die Otter können sie nicht leiten! Schön! Die... Die ist so geil! Die ist so geil! Die ist so geil! Ich lache einfach! Ratten... 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 Ey, ist das voll leise! Er ist gar nicht leise, der ist voll laut! Ne, bei mir ist das voll leiser! Oh mein Gott! Man kann dem Otter einen Hut aufsetzen! Oh Gott, nein! Er muss mit dem Sarko so was... Weiß ich nicht! Wer hat dem Sarko was angetan? Ich glaub der hat mich gesehen! Gameinator! Was? Ich bin hier oben bei der Membran wieder! Ja, 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 ja! Ich glaub der hat mich gesehen! Ja, 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 ja! Wirklich! Ah! Klitter! Ich hab... Ich hab noch nicht was, was... was mancher noch lernen muss! Und das ist Skill! Mag jemand den... äh... den dicken Sack hier unter mir abschießen? Ne! Oh Gott! Ich hab keine Ausnahme mehr gehabt! Oh Gott! Huch! Ich bin grad fast runtergefallen! Ich versuche mein Glück! Eh! Hallo! Er ist auf mich aggro! Ah! Wenn jetzt, äh, ein Erdbeam kommt, sind wir gefickt! Ja, denk ich mir auch grad so, Kari! Ich wollt den grad bowlern! Ich kann von hier aus schießen anscheinend! Das ist gut! Okay, das ist tot! Jetzt! Yay! Ein Level Up! Ich kann mich noch mehr... So, wollen wir wieder runter? Ich mein, das sind ja nur ein paar Ravager! Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Also erstmal was essen und was trinken! Noch was essen! Ich hab Hunger! Wo ist denn der Ravager? Ich muss mal gucken, weil ich kann den von hier anschießen! Bleibt ihr mal da hängen! Bleibt ihr mal da hängen? Witzig! Ich lass mal... Ich lass mal nicht den Kopf hängen, ne? Hm. Wo ist denn der? Ich seh keinen Ravager! Ich auch nicht! Wo denn? Ich versuch ihn mal anzuschießen! Ach da! Hinten in der Ecke! Das seh ich ihn auch! Da? Der muss ja, ne? Der ganz hinten in der Ecke! Ah, da! Oh, lol! Ich glaub da ist noch einer auf der... Ja, da ist noch einer auf der Seite! Ja, ja auf der anderen Seite! Aber hier oben tun sie uns ja nichts! Es sei denn, wir haben Erdbeben! Dann sind wir gefickt! Erdbeben! Ich treff den nicht von hier! Ich seh den noch nicht mal! Nee, ich auch nicht! Erdbeben! 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 Aber irgendwie scheint er da verpackt zu sein! Weil er bewegt sich nicht! Ach, da ist er! Ah, jetzt hab ich ihn getroffen! Okay! Jetzt rechne ich ihn nicht mehr! Wo ist er denn jetzt? Gesundheit! Danke! Ah, jetzt ist er da auf dem Stein! Also im Wasser ist auch noch einer, ne? Jo! Der rennt gerade an... Oh! der links vorbei! Im Wasser? Ja, jetzt ist er nicht... Also der ist auf eurer Seite der... Schlucht! Wo bist du eigentlich? Gut, der ist breit! Ich bin auf der anderen Seite... Der Anführer! Der leuchtet! Ja, ich wurschte immer! Danke! Ich wusste, ich bin der geworene... Anführer! Ich hab einfach... Das ist mir einfach zu dunkel! Schal dazu! Und gehe für ruhig quali... Jetzt hab ich schon wieder Nachladehemmungen! Das ist doch zum Heulen! Deswegen bin ich ein guter Anführer! Ich hab sowas nicht! Ach, da ist der! Doch! So, ich bin... Ich geh jetzt runter! So, da sind noch Piranhas! Ansonsten seh ich jetzt... Und den Otte! Aber ansonsten seh ich jetzt erstmal nichts, was uns gefährlich werden kann! Was ist das? Oh! 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 Das heißt, es wär gut wär... Es wär Zendet, Ben Dennis oder Keks, die da mal die Piranhas killen könnte, dann komm ich auch runter! Oh! Du bist scheiße! Deselböööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Soll ich jetzt runterkommen oder? Jaja, kann jetzt alles fliegen Kann ich da ins Wasser springen oder sterbe ich dann? Das ist Wasser tief genug? Ein Fisch, ein lebendiger Fisch Ja du musst den, nein der ist nicht lebendig Du musst den tot hauen und den dann so rüber gehen Also Dragon Den Körper, also kannst du so einen dicken Fisch nehmen Oh meine Steine Oh Ich saß nicht unten, aber hier ist nichts mehr Umso größer der Fisch, umso besser Was hast du denn jetzt gemacht? Nisch, ich bin runtergefallen, meine Krabbeldings war kaputt Hilfe Hier guck mal, ich hab hier einen dicken Fisch für dich Den kannst du deinem Otter geben Aber ich kann's ja auch machen Warte, warte, warte Okay Was war denn das? Ein Mini So also ich sehe hier keinen Weiterweg mehr Ach hier ist der Total Revenger Okay Erstmal warten Leute Leute Keks, pass auf dass du nicht ertrinkst Ich zieh dich da nicht raus Ich pack ihn beide Kiemen So die Fische Ach stimmt Machst du das denn? Was? Wie machst du das? Mich interessiert das ja auch Hä? Den Fisch festhalten? Ja Hä mit Egeruchthalten aufm Körper Achso Sag ja, noobs Sag diejenigen mit 1800 Mit 1200 Spielstunden die nicht mal Naja, gut ich sag's nicht Was? Ich sag's nicht Ich krieg nur wieder haue Ja Ja auf jeden Fall Du dummer Otter Nimm den Fisch Sei willig Frei und völlig Da werden wir wieder Jeder weiß Otter lieben Fisch Ja Wie soll ich denn bitte an diesen Kristall rankommen? Äh Wie soll ich denn da rankommen? Ah Wenn ihr noch Fisch braucht Hier vorne liegt totter Fisch Ich seh nicht mal Mal kurz gucken Oh ich bin grad blind auf dem einen Auge Hä wieso? Ich glaub der hängt fest und wie der Otter Dann bringen wir den Fisch zu dem anderen Otter Ja Und wehe der nimmt den Fisch nicht Dann töte ich ihn Nein ich kann hier nicht stehen Wie soll ich da Keine muss ein Karpfen hier mit Keks verstehst du wie ich hier hochkommen soll? Mach den tot auf was auch dass du nicht abbaust Ich hab's schon mit der Kletter-Apics probiert Aber ich komm da nicht hoch Also ich kann da nicht sitzen und stehen oder abbauen Danke Kacken Ja mach ich auch gleich Okay Geil Ich hab grad meinen Fisch verloren Ich auch Boah ich komm nicht auf den Scheiß Sarko rum Äh ich Äh ich hab das Sarko Wo ist ein Sarko? Ich hab das Sarko gerade mitgezogen Der Tote Achso das Tote Ich hab den Fisch ist mir auch egal Schön der große dicker fette Fisch Meiner geh weg Ah mein Fisch Ah Mund drauf Ich Ich bock auf den Fisch Das ist ein Versprechen So können wir dann Wohin? Ja Wohin müssen wir auf Dennis? Ja das ist ja die Frage Es geht dann nirgendwo mehr weiter Also im Prinzip glaube ich haben wir jetzt von der Höhle fast alles gesehen Es sei denn Wenn du vom Äh Artefakt aus gerade aus weiter gehst Waren wir da schon? Oh 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 Dennis warte mal ich hab meinen Fisch verloren Er sucht den doch Leute? Was? Oh oh der nimmt den Fisch Er nimmt den Fisch Er nimmt den Fisch Warte ich komm schnell Ist er getamed oder? Er hat 21,5% Na warte ich komm noch mit Was? Okay ich ich Achso ist der schon in der Höhle drin Wo seid denn ihr? Einfach die Höhle drin Ich bin immer noch hier oben Kari warte ich komm mit Wir gehen mal Schon mal gucken ne? Na ich geh grad da zu Keksi Ich muss ja eh zurück zum Artefakt AHHHHH Mach den JAS Mach den JAS Mach den JAS Hier ich hab noch nen Fisch Er musste warten Der will grad nicht Da Fisch Der zappelt noch Friss 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 Vollsüß Hör Au 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 Peter Der ist so scheiße mit den großen Fischern Das ist echt Hi No Ich will auch Einen Odder Kauf dir Was і n- was ist denn der Fisch hinn? Du hatt ihn gewaschen Da Na, das ist nicht mein Fisch. Harry, warum bist du jetzt? Ich bin oben beim Artefakt wieder. Ja, warte, ich komm. Ich komm nach. Hä? Keks? Guck grad, ob hier irgendwas rumkreucht oder fleucht. Warum sind da zwei oder zwei Keks? Naja, du weißt doch, dass da beim Artefakt geht's doch noch. Ähm, im Prinzip. Nach hinten durch, ja. Genau. Und da waren wir doch noch nicht, oder? Ne. Kannst du ihm nicht den hier geben? Noch nicht, oder? Mein LeFluft, den Heikell parkt im Haus. Ah, das war's fertig. Gehst du mir aus dem Weg? Nein. Ich warte beim Artefakt. Solange fress ich meine Chips weiter. Nein, nicht in der Aufnahme. Warum nicht? Ich hab Hunger. Ich weh, die Geräte sind irgendwie so Glocken läuten. Ich auch. Das ist hier in der Höhle so. Ich weiß zwar nicht, was das zu bedeuten hat, aber es ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Ich hör nix. Unsere Geräte sind das bestimmt. Ja. Komm Kari, wir gehen mal schon ein bisschen Spielagentieren. Wo bist du denn? Achta. Hier. Ich hab nen Fisch. Ich auch. Aber ich krieg ihn wahrscheinlich. Warte mal, meine... Die Chipshütte liegt grad voll auf der Maus drauf. So. So, ich hab Water. So, ich scanne mal die Gegend da hinten ab. Ich hab einen Water und keiner wird ihn mehr weg. So, jetzt geht das los, Kari. Aberrant Raptor, Level 12, Level irgendwas, Level 20. Die sind da hinten an der Ecke, das weiß ich. Massig Ravager, Stecher, da geht alles los. Also wir müssen auf die anderen auf jeden Fall warten. Das schaffen wir, glaub ich, nicht. Nö, 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 nö. Geht mal vor. Also... Aber hierher kannst du kommen. Hier ist noch kein Problem. Ja, ja. Schade, dass hier die Gloth jetzt nicht nachgespawnt sind. Keks, wo bist du? Hallo Keks. Hallo Keks. Hallo Keks. So, ich guck auch mal in die Richtung, ne. Da ist gar nichts. Also das geht erst hier um ne Ecke richtig los. Aber um ne Ecke ist es ganz geballt. Also da... Warte mal. Ist auch. Dennis, Keks. Was denn? Dennis, Keksi, hopp, hopp. Ich will einen Water. Du bist da. Ja, ich hab meinen Sack. Oh, ich hab grad meinen Fisch wiedergefunden. Aber du bist ja sicher, dass du den überhaupt rauskriegst? Keks, komm mal hier lang vor die... Äh, komm mal hierher. Keks, komm mal hier. Keks, komm mal hier. Hier? Komm mal mit. Kari. Gott, steh mir bei, ne. Ich seh die beiden da unten rumlaufen, das sieht voll lustig aus. Guck mal da. Wo laufen sie rum. Ich will sie auch sehen. Da unten waren sie grad beim Höhenanfang. Also unten am Wasser. Warte mal. Ich nehme mal das Omnikular aus. Ich wollte sie grad... Ach, siehs mal, ich kann mal nochmal das Artefakt aufgeben. Zimmerman Order Level 16. Tame zu 65%. Ja! Finger weg! Los schnell! Äh, Keks, ich guck nur vom Omnicolar aus. Von sichere Entfernung. Weil wir warten hier um auf euch. Du, die... Oh Gott, die Keks sieht sich aus. So, hab mir's nochmal eingesammelt. Ha? Ich hab nochmal das Artefakt eingesammelt. Ja, ich hab auch noch eins. Wir müssen uns einen richtigen Artefaktsockel bauen. Ich muss mal kurz gucken. Wir haben ja gerade Zeit, ne? Ja, ja. Mach mal. Ich hab nur noch zwei Fleisch. Also zwei Gebrätsitte. Ich hab gar nicht mehr, aber ich bin auch voll. Ähm... Ihr seid so arm. S plus Artefaktsockel wär geil. Es gibt sowas. Wenn du die Artefakkel quasi draufstellen kannst und dann schweben die quasi. Das sieht geil aus. Brauchst du Obsidian für. Oh nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö motor jetzt oben an der decke oh gott ich will davon nachher ein screenshot haben es ist bloß tech elevator gps sender wann gibt es denn darf ich eigentlich 50 muss man eigentlich im ravenger sattel eigentlich im ravenger sattel den armen ich hab keine ahnung ich brauche eins pack den als tanga irgendwie rum und kommt gerade fackzockel zum 880 obsidium wir müssen ins blaue gebiet also auf jeden Fall in der Nähe dass wir es nicht weit haben falls noch eine rüstung brauche ich hab noch ein ganzes set dabei ne ohja das ist das ist gut aber ich hab noch gerade einmal frisch die sind da in der Nähe vom artefakt ein bisschen weiter schon das ist ein süßer otter ohja kann man die auch miteinander verpaaren wenn sie männlich und weiblich sind ja aber ich glaube es sind beide weiblich oder scheiße Leute Achtung Erdbeben Waffen bereithalten da um die Ecke geht die Post Keks warte komm her Keks warte komm her Welche Ecke? hier jetzt rechts um die Ecke da geht die Post ab ok da ist alles Karno Level 18 Karno Level 18 Karno da geht jetzt richtig die Post ab ok am besten ist wir locken sie einzeln raus ok ich hab noch bonus aber ich weiß nicht ob das irgendwas bringen wird ja kannst versuchen ich glaube nicht so ich versuche mal ein paar rauszulocken mhm ich kann aber nichts versprechen nicht mehr so ne Membran ne na warte mal bis das äh Dings fertig ist bis das Erdbeben ok hast dich angezogen? ähm wollt ihr eure wollt ihr eure otter nicht lieber erstmal? ja ich denke die werden auf ihn ja aber wenn ihr sterbt sterben die auch nicht wegschmeißen Keks naja wenn ich kann nichts mehr tragen achso dann gib mir was ich hab noch ein bisschen ich glaub nicht dass wir jetzt sterben durch die Paar ja du kannst nichts mehr tragen sammeln aber nicht selbst auf ey durch die Paar? guck mal mit dem Omnikolat um die Ecke naja da waren dort drei Raptoren oder nicht? da war deutlich mehr da waren auch deutlich viele Karno's und sonst was also wir müssen mal gucken jetzt da wo du hinrenst ähm ne rechts oh da haben wir doch das vorhin gesehen Dennis da haben wir doch gesagt dann müssen wir auf die anderen warten ich versuch soll ich mal einen anlocken? ach du scheiße das hat das viel an können wir die bohlen? ja ich versuch's ja eigentlich come on ok ne lockt mal ich mach nicht den ersten Schuss trau mich nicht na warte dann schieß ich an Keks mach du nein ich schieß an alles gut Keks du bohlerst ok Kari wo bist ich bin hier auf der Seite wir könnten ja auch wartet 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 warte hör mal hör mal wir könnten auch die Klippe runter also uns hängen lassen und die alle runter locken das ist so ne Idee das können wir auch machen dass einer anschießt oder aber oder aber Keks Keks schießt an warte mal ich lock die mal hier so Kari schießt an und springt von der Klippe und lockt sie damit runter und hängt sie damit runter schieß mal ähm ähm ja ja ich hab's ja grad angeschossen ach du scheiße Kari springt toll danke bitteschön ach man äh Keks wird drauf gehen ne ja ich schieß ja schon du hast den noch drauf ach du bist so doof warum hast den hier oben nicht abgesetzt du hast einfach geschossen Kari du bist mit dran schuld und Keks fällt runter die sollten ja auch in meine Richtung kommen Keks benutzt die oh Gott Keks Keks lebt ich versuch ich versuch die zu killen hier einfach mal so Keks du kannst hast du noch die Sachen drin ach du scheiße da geht richtig die Post ab ne mh also die Raptoren sind jetzt nach unten geplumpst ja das stört uns eigentlich nicht ne ah Keks hat's bestimmt gestört grad deswegen deswegen hab ich mich ja hier in die Ecke gequetscht und ist Keks gestorben oder nein 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 die sollten ja auf mich zu gerannt kommen und hier runter fliegen aber die haben irgendwie den Keks angegriffen du Leute ich seh grad da steht ein Ravager ne da steht alles da steht ein Kano wisst ihr was ich tu jetzt mein Otter da hinten zum Artefakt packen ja mach das tu das quasi also das erste was uns begegnen wird wird ne Arturopeurer Level 76 sein und dann ein Kano Level 12 das geht also noch wieso ich mach das jetzt so wie ich gedacht hab ich also die Anöl lock die dann nach unten ja dann gib Gas dann müsst ihr halt äh so gut wie möglich aus der Bahn also am besten weit nach hinten hier jetzt will ich schon ein grünes Artefakt gehen und wie äh der folgt dir oh Gott mann Achtung 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 Acht er fällt runter ne oder und ist im Wasser der ist gleich tot oh Gott ich seh'n da unten ich guck mal ob ich die Raptoren von hier oh Gott ich seh's ich versuch runter zu klettern schnell guck mal ob ich die Raptoren irgendwie erwische komm ich hier irgendwie runter da ähm der hängt hier in der Luft Achtung der Raptor kommt hoch der Raptor kommt hoch abfangen abfangen hä was wo was der Raptor kommt euch entgegen ich seh hier leider nichts Keks bleibt hier beim Otter oder komm mit oh ich komm wieder hoch ach du scheiße schau ich dir das noch mal Keks bist du unter mir? äh nein Gott ja komm 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 Hilfe äh 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 kommt der zum Weg hoch ja 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 hallo Otter na toll ich hol den also versuch's irgendwie ich warte hier beim Otter nicht dass hier noch irgendwas kommt also hier ist er noch nicht oh du bist schon unten ja bitte dass jetzt keine Erdbeben kommen Keks wo bist du? ich bin beim ich hab keine Bolas mehr Alex unten ich hab noch ne Bola warte mal der holt ab hier bräuchten ich besser Schrot dafür so der ist am Wasser ok er ist tot sehr schön der ist breit ja den hab ich die ganze Zeit abgeschossen nein das ist nicht unserer wo ist denn der andere? hä ich kann nicht bei Keks ich auch nicht egal das geht aber und er? leider Gottes der haut ab die Drecksau ne? wie sagt hier oben ist noch ein Otter ne? der hier steht der ist meiner das ist der Keks ja ich trage den auch so nicht bitte Pfeile so jetzt kenne ich nicht mehr jetzt wo ist der denn? seht den gar nicht wo seid ihr denn? da wo Schadenszahlen sind ja ich seh nisch wir sehen keiner ich hab ja auch Ladehemmung äh ich auch seid ihr? ne ich denke mal es ist tot es ist tot ich glaub das ja das wird am Server liegen aber das haben alle Server das hat auch Nitrado und sonst wer ja 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 ich glaub der Lecker ist irgendwas seid ihr jetzt irgendwie unten da? beim Wasser? ja wir kommen wieder hoch wir kommen wieder hoch ok weil dann locke ich gleich die Viecher runter ja wir mussten uns nur kurz um die Otter kümmern mhm aber die Paranas da unten haben wir jetzt nicht geholt ne? wir haben uns jetzt nur um die Raptoren gekümmert mhm wollte ich nur sagen so Kari ist in Position oder geht Kari noch weiter? ich bin beim Artefakt ich weiß nicht wo ich hin soll nein los ab zu Dennis ne? Luisa ist hier in Sicherheit was? nein bleibt da ich lock die runter und dann können wir die können wir weitergehen achso nein was? der ist runtergefallen oh man Alex hat mich angeschobst oh Gott ja ich bin gesprungen und Keks ist gekommen genau ich hab runterfliegen sehen ich glaub das mach ich nachher in Zeitlupe Keks und Alex confirmed eine Liebe fürs Leben confirmed Keks und Alex ja schon immer ja von der ersten Minute an ja uaaah hahaha haha 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 Herr Schorch also was ist der Plan? wir bleiben ihr bleibt beim grünen Artefakt ihr seid jetzt alle da oder? fast fiel mit 20 Sekunden nur 20 Sekunden kannst du abdrücken du hast 10 9 8 7 5,7,..fünf,... Mach mal den scheiß Pfeil jetzt hier weg! 3,4,0,七,Jetzt ist er RET noch sie kommen meine feine bei euch drüben an weil ich habe so was gehört es ist aber da stehen wer da stehen kari nein 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 du hast sie genau die kippe unter mir getroffen da ist so jetzt jetzt geht's los was denn ach nicht gut ich habe noch eine was geht los lasst die schlacht beginnen da war getroffen ja sie kommen sie kommen sie kommen dann ist unter dir ich komme mir gar nicht hoch einer ist untergefallen heute greife ich mir denken nämlich fest hier kann ich hier nicht rein springen gerade den konzert noch was nicht da unten sind hier zweiter ist unten jetzt sind sie alle unter ok kommt rüber das sind noch skorpionen jetzt so die haben ja fast 100 leben ab ja ich wusste wie hätte ich wissen soll dass ich da nicht mal hochkomme kx wie stehst du denn da zum bein angewinkelt wiiiihihi da weiß doch der roh kreuscht da hat der roh der junge da wird doch mal hart kreuscht oh nö wir überziehen von minuten ok dann machen wir jetzt los hier mal eben mit einem finger den timer ausmachen sind denn auch ich bin nämlich gerade am schießmaler hält einige sester kari wo war es hinter mir nein da oh kano auch noch ich bin gerade noch dabei die ravager zu killen gibt die xp oh mein gott und pfeil verschwendung da ich hab nicht mehr so viele pfeile leute und ich hab keinen bock nochmal neue zu machen hm oh fuck ich kann auch ein paar machen ich geh mal kurz fix was trinken hm kari kari ja wo gehst du hin alles gut was willst du denn machen ich mach grad pfeile achso ich hab noch 73 also oh lol du hast mehr als ich wahrscheinlich ich hab noch 81 ich hab jetzt äh oh musst du grad deinen kopf wegdrehen du scheiß mistfee ja sorry du doch nicht ich bin der ravager gut ok mal weiter geh gut der maler macht ihr denn dafür quark ich mach quark quark hier hier quark ich mach quark quark hier quark hallo du da ja doch komm mal hier lang komm mal hier lang komm mal hier lang komm mal hier lang hallo hallo du da ja doch komm mal hier lang wir müssen springen eins zwei hopp oh ich hab gekackt scheiße das war instinktiv wo er ist warte mal ich muss kurz mal eine defekte andere kann der nicht hoch wach ich doch nicht ich will gucken wie's level der ist ich weiß doch dass er ein scheiß kano ist ich hab doch gesehen dass er einer hochkommt locken der ist level 80 der kano um es mal ein stecher heran holen ja der stecher der kano wird gleich mitkommen glaube ich nicht ja er ist ein 2 stecher oh einer zu laut einer kommt zu mir oh gott einer zu mir auch gleich dort gleich dort der stecher ich hab ladehemmung ich hab ihn in den arsch geschossen was noch ein loch mehr siehste oh soll ich den kano anlocken oh ich brauch ganz schnell antidepressiva hey du brauchst du brauchst du brauchst du du brauchst du so ein fledermausvieh oh ne warte mal wir beide einfach genau wissen was aufwischen so den kano ne den kano müssen wir locken wahrscheinlich ne ja ja wir gehen in position ich gehydriere ich hab das matterfakt würde ich sagen was achso das kann ich nicht das gleiche wie jetzt noch ja würde ich überschlagen zurück ja zurück ja ja leck mich der hau alter meine arm muss man auch nicht mehr lange mit aber ist egal ich auch ok los gehts los gehts da war der kante ich seh nichts warum nicht er kommt du gottverdammtes spiel ich seh nichts tut er dir.. kann er dir was ne das ist gut oh gott pass auf dennis ja ja stell dir mal vor der springt welch hier so hoch seiten wechsel seh sind wir jetzt die dunkle seite hm geil ne ich bin der imperator ne ich bin der imperator und ich bin imperator ich bin immer noch vergiftet von diesen schallstechern ne mhm dass sie mal mein sicher resistanz hoch machen ha ha wie das sich so in den tod dreht ist der tot? ja jo warte mal die fledermausdinger können anstecken also krankheiten übertragen oder? nicht alle ich weiß nicht ob das in aberrecht so ist aber wir werden es sehen ne hier ist noch dem onyx onyx ja die kann man glaube ich aber auch nicht bohlen ja weiß ich nicht müssen wir versuchen wie viele sind denn das? einer? zwei? hier ist ein meganeurer nur ein gesehen warte wo ist ne meganeurer hier da ist noch eine ach so meganeurer ein seeker ah seeker scheiße was ist es ein seeker? ja was denn jetzt los ok die müssen die dürfen uns eigentlich nix tun die seeker oder? weiß ich nicht eigentlich greifen die doch bloß an wenn man licht hat ja haben wir licht? ne soll ich nicht machen? nein das geht doch nicht um das licht glaube ich ich glaube das geht bloß bei den schreib licht ich bin mir gerade eben nicht so ganz sicher warte mal ich auch nicht aber wir müssen gucken also ich denke angreifen werden sie uns auf jeden fall aber wieviel schaden der macht das was er für 20 die war das noch bei seeker muss licht aus sein ne? ja oder an? aus soll ich ihn anschießen? was ist das da was da jetzt zu... ja warte mal sag wenn denn schieß ich ihn an oder kick sie probier mal mit der akko? ja was für schnell der macht ja gar keinen schaden ne? nö der macht gar keinen schaden lol naja doch mal ok einen schaden macht er sehnicht hallo komm komm runter please komm in my eyes sehnicht aber er ist tot er ist tot da geht am besten die pike ja ja oder ein schwert wer hat weiß oh ja da ist ein kano ah oh wieder oh was kiks oh god sie haben mich runter gefickt ich hab ladehemmung noch einer dennis pass auf oh god oh god oh god oh god oh god ich mach meine rüsten kaputt wir haben noch eine komplette bei ne? ja ne die hab ich kick sie gegeben ich häng fest ich bin fast tot aber ich hab ladehemmung oh das scheiß spiel ey ja manchmal ist es nervig ne? das wars ich hab die mit der pike getötet ich bin fast tot ich hab die mit der pike getötet ich bin fast tot brauchst du blut? äh ich weiß nicht brauch ich blut wenn ich jetzt den kano anhütte fällt der ja eigentlich runter oder? wenn dann äh ja da ist ne klippe ja ja da sind auch noch ravagers ne? ja warte ich guck mal ich guck mal kano und da ist alles da ist ne artopleura die müsste ja runterfallen der ravager weiß sechs zwei ravager ach ja die fallen da definitiv runter guck mal wie tief da äh wie weitest da ist ja doch die fallen hier auch runter wenn ich sie von hier anschließe geht das ich mach mal den kano eigentlich ja hab schon sieh schon wiii aber auf jeden Fall ist da doch keine klippe ja und da kann er hoch ne noch nicht hahaha ha 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 so ich mach mal den ravager so aufpassen äh hier passt ja sind im wasser ok artopleura sollst die abhauen du sollst herkommen ok ok die könnten aber wieder hoch auf der anderen seite ne da ist ein weg und das überleg ich hier auch gerade ja deswegen äh schießen wir sie jetzt hier tot ich könnte auf wen macht die da schaden ich mein wir sind doch alle oben oder nicht ja wir machen Kano und so tot achso ihr schießt so artopleura tot ladehemmung alles gut so Leute wie sieht das mit fallen aus 46 ich hab noch 41 deswegen frag ich 46 45 116 wenn wir die doth haben folge beenden ja macht voll spaß ne höhentur ne hmm nicht wirklich doch mach was anderes es ist viel zu lang so ne höhle wir hätten uns echt schrotzen machen sollen erstens ja aber die schrotzen nicht das Problem die kugeln ich weiß ne ich mein ich kann weiterhin metal farmen ist nicht das Problem ja schießpulver ist halt das Problem ja schießpulver noch gleich ich weiß das gar nicht mehr so genau was zum glück hab ich noch ne ambrust bei ey was was hast du gesagt ist er jetzt tot da unten ja als tot hab ich anmoderiert ja ne äh ja ja ich bin der pilz alles klar wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play ark operation es ist genau 0 uhr gerade ja was echt ja oh man an einem was ist denn heute jetzt Donnerstag ne ja wir machen dann in der nächsten folge vielleicht unsere Höhentur zu Ende vielleicht geht sie auch noch weiter keine ahnung bis zum nächsten mal her raus ich werd noch irre bye bye tschüss 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 tschüss